guten morgen meine freunde wir machen heute weiter an nils käfer im letzten video habt ihr gesehen dass wir das ganze zerpflückt haben heute wollen wir es wieder zusammenstecken der bekommt eine 3 zoll achse das wisst ihr ja von dockback beam performance hinten 2 zoll spring blades gedroppt die wir selber bauen wisst ihr auch ja und ansonsten lasst euch überraschen wir zünden rein wir bauen jetzt mit euch zusammen die 2 zoll dropped spring blades an der hinterachse ein wir haben das vorher mit einer app ausgemessen die haben wir euch unter video noch mal verlinkt unser altes schwert stand auf 19,1 grad da stellen wir das neu wieder hin durch den 2 zoll drop hat es dann logischerweise 5 cm tiefer legung das reicht uns an der stelle für das projekt let's go das drop shred ist jetzt gesteckt achtet darauf dass ihr da unten über die kante das drüber hebelt wir machen das immer mit einem spannband ziehen das dann auf druck und können dann ganz easy den deckel dran schrauben kupferpaste nicht vergessen und dann seid ihr eigentlich hinten schon durch das dort Butter gut 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 So, wir wollen jetzt zu guter letzt noch die gekürzten Dämpfer ein. Das sind jetzt an der Stelle ganz normale MPs, die hat es sich dann jetzt so bestellt und die werden wir jetzt noch verbauen. Wir beginnen jetzt erst damit das Lenkgetriebe anzubauen. Das kommt an die alte Stelle. Der Vorteil bei den Dogback-Achsen ist, dass ihr dann quasi noch den ganz normalen Lenkanschlag normal wie original eingeschweißt habt. Wenn das bei der Achse oder bei eurer Achse nicht vorhanden ist, dann müsst ihr das dann halt ein bisschen ausmitteln. Wir verwenden beim Umbau jetzt Nachlaufschalen. Einfach um die Lenkgeometrie bei der Tieferlegung wieder ein Stück zurück zu holen, damit ihr einen vernünftigen Nachlauf habt und damit ihr dann einfach beim Zurücklenken auch von alleine zurück kommt. Das Lenkgetriebe haben wir. Das Lenkgetriebe haben wir. Das Lenkgetriebe haben wir. zuvor nur geheftet. Einfach damit wir jetzt mit unserer Lenkstange nicht ins Gehege kommen. Das richten wir jetzt noch aus und dann können wir da auch wieder die harten Scheibe festziehen. Malenschrauben für Ticks. Die haben wir mit 540 Newtonmeter angezogen. Jetzt montieren wir noch den Achsschenkel. Die schaut Kamera aus. Hier wird nicht gefilmt. Was ist das jetzt? Dazu ist eigentlich gleich noch mal was. Oben haben wir jetzt zusätzlich noch den weiteren, also es ist ein erweitertes Sturzexenter. Der ist jetzt noch gesteckt. Das dient einfach dazu, dass ihr dann aufgrund des Tasses dann auch wenn ihr die Spor einstellen wollt, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wer safe unterwegs sein will, den Spaß auch eintragen will. Sporeinstellung ist da und Sturzeinstellung ist da quasi ein Muss. Und mit dem erweiterten Sturzexenter habt ihr da gar keine Probleme mehr, dass das dann auch vernünftig einstellbar ist. Wir montieren jetzt noch die Bremse. Beim Radlager denkt bitte daran, dass ihr da immer ein bisschen frisches Fett nehmt. Ja. Let's go. Sägerband. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.